Erforschen, weiter erforschen, 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 weil jetzt fahren wir einfach mal den Wasserfall hier hoch, einfach weil wir können. Naja, weil wir fast können. Das ist ein bisschen doof geregelt hier. So, und dann schauen wir mal nach, wo wir die anderen goldenen Steinchen finden. Dort hinten seht ihr es schon glitzern. Da, 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 gelb, gelb, gelb. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Habt ihr? Wenn nicht, dann seht ihr es jetzt. Wir sind soweit. Da! Yay! 90 Grad runterfallen. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo die anderen sind. Ich glaube, hier hatte ich auch nur zwei gefunden. Einer weiß ich noch, wo der ist und da fahren wir jetzt gerade nämlich auch schön hin. Der ist nämlich dort oben. Seht ihr ihn? Wir fahren genau darauf hin. Wir fahren darauf zu. Und wir fliegen zu weit. Ein bisschen aber nur. Und diese Steuerung hier ist ein bisschen, naja. Hä? Kein toller Sound? Was ist denn jetzt kaputt? Ich fühle mich betrogen. Okay. Da, 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 da. Okay. Jetzt gehen wir erstmal gemeinsam auf die Suche nach den dritten goldenen Lego-Steinen. Vielleicht ist der hier am Strand. Auch wenn's etwas... Na, da, da an der Ecke vielleicht? Na, das ist... Mit Musik macht das Spiel auch mehr Spaß, anstatt dass es so still ist, einfach. Badatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ruckelt und wir sind gestorben Eieiei Eieiei Eie Da 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 oh nein wir fahren einfach durch Wo finden wir das denn jetzt? Dann fahren wir mal den Vulkan hoch. Weil ich weiß nicht, wo das ist, der letzte. Äh, wir haben keine Haftung, wir haben ein superschlechtes Raupenfahrzeug. Komm, ab nach oben. Da, 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 da. Und Fraps habe ich jetzt auch gesagt, dass ich eine Funktion anhaben möchte, nämlich, dass es mir die FPS anzeigt. Damit sehe ich nämlich, ob Fraps wirklich aufnimmt oder nicht, weil das habe ich... Ah, nein! Verdammt, hier, spawn mich nach oben. Ach, scheiße! Mann! Auch noch falsche Richtung. Äh, es geht wieder nach oben, Leute. Da, 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 da. Ah! Na los! Komm, komm, komm. Bam, 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 bam fahre ich halt so die Wand hoch. Das geht auch. Ja. Was? Das geht nicht? Was soll das denn? Wieso geht das nicht mehr? Du hast doch sonst vorhin auch fast 90 Grad Steigung mitgemacht, Kollege. Und du hast Leistung auf 3. Was willst du noch? Und unendlich spritterst du auch. So. Jetzt sind wir oben. Soll man auf das Dickisch drauf? Das geht doch gar nicht, oder? Obwohl doch, hier an der Stelle geht das. Geronimo! Es funktioniert echt? Haha. Aber haben die das echt hier drauf gepackt? mhm. Oi, 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 oi. Haben die... Wo haben die das denn? Also von hier kommen wir nicht weiter. Moment, erstmal ruhig einen Überblick kriegen. Was ist denn da hinten? Dort hinten ist es so gelblich. Versuchen wir mal da hinten auf die andere Seite zu kommen. Nein, das geht auch nicht. Verdammt. Verdammt. Und das war's mit unserer Expedition. Ach, Mann. Dort oben drauf ist der goldene Stein aber nicht. Mano, wo ist denn das dann? Bam, 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 bam. Einer der Dinos hat das bestimmt gefressen. Bäh. Oder hier unten? Nee, da geht's einfach nur runter. So. Aber der muss hier ja irgendwo sein. Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, willkommen bei Let's Fail at Lego Racers Steine suchen. Oh mein Gott, das ist nur ein läpperlicher Stein, aber ich will den haben. Wo zum Henker ist der? Hier hinter ist der auch nicht, sonst würde man den ja schon sehen. Hä? Ne Leute, da bin ich gerade irgendwie überfragt. Okay, dann lassen wir diese sinnlose, failige Sucherei mal. Schauen uns vielleicht hier noch um. Weil hier irgendwo... Moment, hinter mir. Jetzt suche ich auf jeden Fall erstmal das andere Bonusspiel, weil das ist einfacher zu finden. Dann machen wir das nämlich jetzt direkt. Ich glaube, das ist da hinten auf dem Hügel. Badatat, dadatat, ladatat, dadatat, dadatat, dadatat. Komm schon! Hier ist es. Und weiter geht's damit. So. Und auch dieses Bonusspiel, bla bla bla. Ja, ihr habt zu wenig von eurem Zeugs, von eurem Stoff. Ich werde euch euer Stoff schon besorgen. Und diesmal wollen wir nicht sechs Stück, sondern acht. So. Eins haben wir ja schon eingesammelt. Und ich werde das jetzt so machen. Ich sammle erst vier Stück. Ah, wieso beachte ich diesen Hügel einfach nicht? Nicht treffen lassen. So. Erstmal. Ah, ich hab grad schon gedacht, ich hätte das Teil nicht aufgenommen. Erstmal vier Stück. Na, 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 na. Dann nehmen wir das hier. Ba, 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 da, da. Erstmal.